Eine Polyneuropathie ist eine Schädigung von Nerven, ausgelöst durch einen meist äußeren Reiz, das heißt durch zum Beispiel Medikamente, durch aber auch Erkrankungen des Körpers wie die Zuckerkrankheit und diese Reize führen dazu, dass der Nerv so geschädigt wird, dass er die Informationen, die er normalerweise ohne Probleme fortleiten kann in das Gehirn des Menschen, dass diese Reize nicht mehr adäquat geleitet werden und dass die Patienten dann Taubheitsgefühle, Missempfindungen, Schmerzen oder ähnliches empfinden können.